In Beziehungen ist Sexting das neue Vorspiel. Das ist nicht mehr wie früher, als der Mann morgens zur Arbeit ging und die Frau am Abend auf ihn gewartet hat mit einem Stück Kuchen oder sonst was. Oder sonst was. Das ist eine ganz neue Möglichkeit, um Dad in Stimmung zu kriegen. Wirklich. Um ihn nach Hause zu bekommen. Der Einzige, der dafür in Frage käme, wäre Glenn. Aber der würde das nicht machen, selbst wenn er es verstehen würde. Zuerst brauchen wir ein Foto. Ich kann nicht... Nein, ich kann nicht das tun. Vielleicht... 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 Kein Push-Up, Herr? Ah! Ich war Fotomodell. In meinen Zwanzigern. 20 und 70. Das ist ein großer Unterschied. Lippen zusammen? Nicht so. Als hättest du ein Gebiss. Nein, Mom. Nur die halbe Lippe. Mit den Augen lächeln. Das Foto hätten wir. Auf Nachrichten und dann auf das Viereck mit dem Stift. Fehlt nur noch der Text. Du kannst vulgär sein. Du kannst süß sein. Das gefällt mir. Bring bitte ein langes Baguette mit nach Hause. Du bist echt verdorben. Meine Mom mag es gern zweideutig. Ich möchte Gurkenbaguettes machen. Diese Woche. In Wahrheit habe ich alles, was an mir versaut ist, von meiner Mom. Ich habe es von meiner Mama. Hier. Glönössend. 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 Glönössend.